Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Fortnite und den Most Wanted Aufträgen. Dieses Mal Durchsuche Truhen, bevor du Schaden erleidest. Ja, das ist recht einfach, aber relativ zeitintensiv. Das heißt, wir landen irgendwo und müssen halt gleich zu einer Truhe und die öffnen, bevor wir auf die Fallschaden kriegen, von einem Tier angerannt werden oder natürlich Schüsse abkriegen. Wird wahrscheinlich nicht eine Runde passieren, also immer wenn wir landen, gleich zu einer Truhe und beim nächsten Match halt wieder landen zu einer Truhe. Also nach und nach sollte das gar kein Problem sein. Aber natürlich gibt es jetzt noch einen kleinen Clip für euch, damit ihr in etwa seht, wie das aussehen kann. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.